ja ich bin jetzt mal ganz professionell ja wenn du meinst warum was machst du wir haben überhaupt nichts zu futtern gott auf scheiße oh man ja ich habe eine ich habe eine umgebracht aber was prägt zu der prägt heißt prägt heißt soweit ich weiß schwanz auf englisch floh wurde auf wurde zu tode geschwanzt nein ich bin gegen eine kaktus gelaufen aha okay das soll eine kaktus nein prick schlong und willy heißt nach laut englisch wörterbuch schwanz auf englisch wollten wir alle wissen ja ich weiß aber es ja wenn wenn es minecraft mir schon so in den hals drückt was kann ich denn da dafür bei mir ist gerade wirklich die zeit gesprungen also hier findet mir keine scheiß höhle ich buddeln und buddeln und buddeln nichts einfach nicht nur le gravieren fällt bis zum bedrock runter ausgehoben hier ist eine alterne facke nehme ich mal mit du das ich wäre mal froh wenn wir irgendwie so ein höhlensystem finden warum verliert ihr euch alle in der welt du bist ja immer noch beim auswählen ja nein ich bin beim unterminen und will die höhle finden da gibt es aber ein weg also von dem ja eben aber wenn ich eine höhle findet dann verliere ich wahrscheinlich auch die orientierung glaube ich bin jetzt unter der oberfläche ich bin mir auch nicht sicher irgendeiner ist da über mir erstmal die holzspitze kaputt ok ich hab noch platz im inventar le inventar wo ich wäre fast gerade in ein lavabecken reingelachen wo der fuck ist hier ein lavabecken fragt mich nicht in der welt kohle wenn was kohle auf der auf übelst niedrigen ebene wirst du nicht verarschen nur kohle ich bin an der oberfläche ich komme jetzt raus weißt du wo du bist zucker willst du koordinaten dschungel willst du koordinaten ich glaube ich muss nur den rand der wüste folgen ich habe nämlich gerade keine mini map ich bin nämlich nicht so ein cheater nur minimap ist auch immer die koordinaten ich meine es gibt auch maps in minecraft ja warte ich bin halt nicht gerade beim haus aber ich gehe mal hoch muss eben ein bisschen neues werkzeug machen demnächst und ich muss mal jagen gehen ich sterb wahrscheinlich bald vor hunger auf jeden fall regnet es bei mir das schon mal ein gutes zeichen dass ich nicht 50 km weit weg bin ja doch weil bei uns regnet es ja nicht scheiße bei mir regnet es echt ich sehe dahin auf jeden fall eine fackel aber das ist wahrscheinlich von mir ist das da in der eigenen bei uns regnet es das ist schon mal ein gutes zeichen so koordinaten stirbt zombie warte 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 ich töte noch wow wow ich nein nein ich fress zombie fleisch ist mir scheißegal hey tülian tülian ah ich sehe dich wuhu hallo wenn sie ach so ok ihr habt euch gefunden ja ich muss essen wieso hast du ein eisenschwert ich esse jetzt ein spinnenauge bin eh vergiftet ah scheiße er hat bemerkt dass das spinnenauge giftig ist ich würde dreck fressen aber nein das kann man natürlich in minecraft nicht ich kann dir koordinaten sagen ich habe keine ahnung 235 4 weil ich leder habe hatte x wer minus 235 vielleicht erst mal eine farm oder so bauen und mit dem leder kannst du keine gescheite rüstung tülian lauf du mal vor minus 235 ja und dann z wäre 4 also x minus 235 ja und z 4 und y ist scheißegal kannst du eh nicht umgehen y ist es nach oben ja eben vertikal das ist eigentlich scheißegal weil das eben je nach langer ist vergleich glaube ich ja ich glaube ich auch bald also baldmöglichst spinne fick dich alter kein keinen schritt außer haus und schon wird man angegriffen von steuerbeamten und so nein fick dich enderman fick dich fick dich slenderman wo ja ich sehe dich ich sehe dich ich sehe euch hat jemand fresszeug so du hast pfeile in der fresse ja warum hast du ein eisenschwert eisenmann und ein helm ich tue einfach mal alles da rein holt euch raus was ihr wollt du das ja mach du erst mal ein eimer floh dann nimm was du brauchst von eimer sugar canes baue ich mal an ja das will ich auch auch anbauen ach so ja ach du machst die farben dann lass ich sie in der kiste ok ja ich mach dir dann nimm sie und baue sie an das spinnenauge esse ich nicht mehr und fleisch habe ich noch dann brate ich aber mal ja brate mal und dann ich glaube wir sollten alle was essen äh habt einer das eisener aus der truhe genommen ne das ist eben das ist doch im du meinst ingots oder ja hier zwei stück habe ich ja werfen auch rüber so ich hab ja nein ja wie auch immer aber da hast du jetzt der rest der rest ja hast du genug eisen jetzt für die eimer ja ok super dann wow naa fu wo ist der rest der kohle kohle ah fu hast du ich dachte grad kohle ich hab keinen doch ich hab noch acht habe ich noch habe ich glaube ich woche ja dann tu die mal da ja die habe ich vorher abgebaut gehabt ja das sollte reichen warte woran achso dahinten hast du noch ein bisschen kohle ich hab gar nichts schau nochmal weil uns fehlt oh 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 und übel viel kohle mein gunpowder wir spielen grad echt auf hart wir werden sowas von sterben wir sind halt ganz bad boys ja wir sind hardcore wie in der adventure map ja hardcore hardcore samenspender wer hat die kohle ich hab sie nicht ich hab sie da rein warum hast du eigentlich ein eisenschwert und ein lederhelm hey lederhelm mach ich mir jetzt auch jetzt schön reingetan was ist denn das jetzt eine hose ich verreck ich verreck ich verreck lederhose ich fühle mich ganz bayerisch gruß an dani ja genau an dieser stelle spinne wo bist du was die ist oben auf dem haus die verpisst sich hey komm her du feigling kann sein dass die zu blöd ist uns zu sehen hey feigling nö die ist einfach auf ihn zentriert achso die ist geil auf floh ich mach mal den zombie hier alle öh ja mal wieder ja sie ist immer noch auf mich zentriert verzieh dich verzieh dich ich hab noch zwei herzen nein spinne fick dich du hast gerade floh umgebracht das werde ich dir nie verzeihen spinne dein zeug liegt hier du findest ja her oder vom spawn ich hoffe ich muss irgendwo da vom spawn point sollte nicht allzu schwer sein oh oh ja hier komm her da hinten ist er ja klasse wenn ich wüsste dass der spawn hier ist dann oh äh loy ich hab grad der damage auf einmal gekriegt und jetzt ist die nacht gerade alter wie das grad geleckt hat alter wir sollten uns dann im nächsten mal einen neuen ort suchen für ein schönes haus ich würd sagen wir über farmen jetzt erstmal wir bleiben jetzt hier erstmal wir gucken dass wir über die runden kommen würde ich sagen yes yes 7 steaks wer will steaks 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 ja ich will auch hier ich brauch wo ah mein gott die hose mit der lederhose sie sieht richtig scheiße ihr wisst schon das groß an dani an dieser stelle na und jetzt fühl ich mich bayerisch total nicht du bekommst nur zwei steaks weil du scheiße aussiehst wo bist du noch ihr lederhosen ihr solltet die lieber für bücher benutzen dass wir nachher verzaubern können und nicht für scheiße was das leder steaks ja mein gott bisschen wüstung braucht man ja sonst wärst du vorher tot gewesen wahrscheinlich au sack du bist mir dazwischen ja 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 irgendjemand hat nen bogen von euch ne ja ich hätte da noch pfeile ja gut ich hab eh 7 naja gut ja das ist nicht grad so viel ja ich hab auch nur noch 5 zusätzlich dann wo bist denn du hier hinter dir oh hallo willst du sie du hast auch noch einen im Knie ja den kann ich dir leider nicht geben das ist zu schmerzhaft zu schmerzhaft den rauszuziehen ja danke jetzt hab ich noch einen in der Fresse ah nicht mal symmetrisch aber wenigstens ausgeglichen an einer Seite ich bräuchte noch zwei auf der anderen aber dann sterbe ich glaube ich boah hier sind Löcher von den Creeper-Explosionen ja ist doch schön irgendwie nicht ich geh Pilze sammeln ich fühl mich ich zeig heute meine weibliche Seite ne irgendwie nicht oder Octopussys umbringen was bringt's ja nichts das ist es ja wir können später Sachen färben wir brauchen auch die roten geilen Pilze dann Leute hier ist so eine mega feine Kuh du stirbst wer stirbt? die Kuh die zweite auch oh nein das sag ich jetzt nicht ich hab der Kuh mein Schwert wo reingeschoben jetzt bischen die Arschmacken ja konkreter werde ich nicht und der Kuh hat es gefallen ja sie hat gestöhnt so wie Kühe eben mhm mhm machen und dann hat die Kuh Marvin gemelkt waaah WCF oh mein Gott ich hab grad gedacht ich find das Haus nicht mehr ok ich hab äh ne Menge Kühe hier die einfach nur rumstehen und nichts tun was ja ungewöhnlich ist für Kühe ja ich brate Fleisch sechs Stück ne ich warte bis ich acht hab weil acht ist sinnvoller weil einmal Kohle reicht für acht glaube ich boah hier sind so viele Kühe das glaubt ihr gar nicht wir haben Leder ohne Ende ja übel ich hab auch schon wieder bisschen Leder gekriegt ja aber keine Rüstung mehr draus machen ja ja ok ja ist ja gut wofür braucht man das Leder denn sonst noch Bücher anscheinend du kriegst das Leder so selten und dann brauchst du derbe viele Bücher Kuh du stirbst ich schieb dir das schwer oh mein Gott vier Kühe also fünf Kühe an Kühen mangelt's glaub ich nicht ne ne ich glaub auch nicht wow lag hör auf zu lag in Minecraft why you lag in Minecraft jetzt geht's wieder ich hatte grad nur so'n Frame Einbruch Kühe seid ihr daran schuld warum why you no drop something sechs sieben sieben Kühe oder so oh mein Gott ich hab 38 Fleisch mittlerweile und ein Schwein und zwei Kühe wie geil das aussieht ein Schaf und zwei Kühe sind zu so nem Lavasee reingefallen und kommen nicht mehr raus und stehen deswegen an den Ecken Schwein du stirbst auch komm her Schwein Marvin ja ne ich würd sagen ne ich würd sagen morgen gehen wir Monster jagen um Spinnen zu sammeln wegen äh Seide für Betten können wir machen ich hab auch ein Stückchen Wolle aber ein Stück ist nicht so alter immer mehr Kühe ich lass mich grad voll ablenken ich find wahrscheinlich nie wieder zurück da sind aber extrem viele Kühe das glaubt mir gar nicht und ne Höhle na endlich die merk ich mir mal die ist hier hinten also so viel kann ich mir glaub ich noch merken Herr Eni Herr Eni war ja der Meinung wir haben alle Alzheimer oder so was du hast Alzheimer nein aber Herr Eni war der Meinung so ein alter Deutschlehrer den wir mal also ein ehemaliger Deutschlehrer sag ich jetzt mal oh ich hab Samen ich hab gesamt warte wohin muss ich da hin ich hab 43 Samen Scheiße wo muss ich hin ich hab 64 Samen verpflanzt ah beim Spawn über so einen kleinen Erdhügel ja ich bin aber nicht beim Spawn ja das ist nicht mein Problem wo komm hier Piratensprache Arrrr was Piraten haben eine Sprache ja ich hab grad hier Minecraft Piratensprache richtig aber geil eingestellt was bist du komm hier Sand Damm Damm hör auf tue ich okay schön yeah ich hab's gefunden du wolltest du wolltest nämlich nicht summen ich weiß aber das habe ich in Bezug darauf gesagt dass ich Musik im Hintergrund gehört habe das tue ich aber grad nicht ist egal aber ich schneide ja Musik äääh das passiert die doch nicht ob du Musik hörst oder nicht ja eben ja also aber dann kann ich ja wohl Wenn du summst, dann hat's ja den gleichen Effekt, ne? Ja, nein, weil das würden die eh nicht hören, wenn ich Musik höre. Und die Kiste ist voll, scheiße. Ja, ich seh's grad. Ich brauch Stein und... Ja, hammergeil, wir haben kein Holz. Ich wollt jetzt ne Axt machen. Marvin, willst du? Was? Ob ich was will? Was wohl? Stein holen. Holz sammeln. Holz holen. Ich hab genug Holz. Ich kann Holz scheißen. Ja, dann tust... Das passt ja nicht rein. Oh Gott, Skeletten. Nimm. Nimm. Skelett-Spawner. Echt, wo? Mach nicht kaputt. Mach nicht kaputt. Ja, warte. Können wir tolle Sachen draus machen. In dem Ofen gibt's Steak. Alter, sterbt Skelette. Nein, drei, vier, fünf. Oh Gott. Kleiner Tipp beim Spawner sind immer mehr Skelette. No shit, bro. Im Ofen gibt's Steak, ne? Nein, ich möchte jetzt mein Zeug wieder. Wo, warte mal, wo bin ich gespawnt, ne? Hey, die Kiste hat sich. Bist am Spawnen gespawnt. No shit. No fucking shit. Äh. Ne Rose. Ganze verdammte Kohle. Auch jeder. Denkst du, das reicht von der Zeit her, dass ich da wieder hinrenne? Das war ein ganzes Eck weg. Ähm. Ich hoffe mal, dass es reicht. Wen kann ich denn in der Minecraft-Landschaft heiraten? Kaktus. Nicht. Willst du meine Frau werden? Wenn er dir Schaden zufügt, dann nein. Oh mein Gott, ja. Wenn ich den umarme, dann schlägt der mich gleich und dann... Marvin, willst du meine Frau werden? Oh mein Gott. Ja, Jonas. Nein, irgendwie nicht. Komm, mach mir die Blumen hier aus. Das ist viel schöner. Nein. Die Blume, die war so schön platziert. Ja, hier ist die viel schöner. Und die sieht blöd aus. Immer noch. Immer noch. Aber ich finde das nie wieder... Wow, da will ich nicht schon wieder rein. Ah, doch jetzt schon. Naja. Lö drauf geschissen. Äh, WTF ist das ein Tempel oder was? Maybe. Hier ist auf jeden Fall eine komische Steinstruktur, ja? Also, äh... Ja. Ja. Klingt interessant. Ich glaube, ich verbrenne jetzt diese, ähm... Ey, ich habe echt einen Tempel gefunden. Ich verbrenne jetzt diese... Pass auf die, äh... Spitzhacken. Also, im Ofen kann man die, glaube ich, nicht verbrennen. Wäre aber zu schön, um wahr zu sein. Was für eine Falle ist das? Mit was muss ich rechnen? Explosion. Wenn es... Yes! Ich kann die scheiß Spitzhacken verbrennen im Ofen. Oh, wein. Jawoll. Abgenutzte Spitzhacken sind noch gut. Wenn es ein Dschungel-Tempel ist, kannst du auf Pfeil fallen hoffen. Wenn es ein Wüsten-Tempel ist... Schleun-Diamanten! Wuhu! Hat jemand noch alte Steinsp... Äh, alte Holz-Spitzhacken? Die kann man in einem Ofen schön verbrennen. Ey, äh... Tülian, Tülian, Tülian. Tülian. Bevor du aus dem Diamantenschwert machst... Wenn du das machst, schlage ich dich ernsthaft. Mach lieber Spitzhacken. Weil das wär das... Wir machen daraus ne Pickaxe, holen uns Obsidian und dann noch mehr Diamanten und dann... Können wir zaubern. Machen wir ein Crafting-Table. Und dann können wir zaubern und dann können wir näher und... Ja, nö, Tülian, ich komme. Ich kann niemals machen. Hast du bestimmt schon. Er hat's schon längst gemacht. Nein, ich hab noch nicht... Kuh, du stirbst. Also, welch heißt, äh, zwei von zwei? Ich hab jetzt entschlossen, wir haben eine neue Tradition. Kühe spanken. Qualvoll das Schwert in den Arsch schieben. Bei dir? Nein, bei den Kühen. Oh. Hey, ich werd sterben. Ich hab mir doch schon längst mit dem Schwert die Eier abgeschnitten. Also, so sah's zumindest aus. Ich werd den Silet-Spawner nie wiederfinden. Das ist jetzt sehr schade, aber es ist einfach... Merk dir doch, die Koordinaten... Ich hab mit ganzen Eisensachen verloren. Und ich glaub sogar, das Eisen und die Kohle. Wirst du gestorben? Mh. Hab ich doch gesagt, im Skelet-Spawn. Ja, scheiße. Und ich hab'n... Und ich hab' grad'n richtig tollen Frame-Einbruch, weil du gestorben bist. Also, ein Frame pro Sekunde. Ich kann nicht mal mehr zocken grad. Was soll das? Nicht mal auf meinem Alten. Du hast dir doch den 150 Euro Aldi-PC gekauft. Nein, den 90 Euro nicht, was? Eigenkonstruktion immer noch, aber... Minecraft, fick dich! Schau, das kann er sich nicht leisten. Yay, 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 yay. Fick dich, Minecraft, fick dich! Fick dich! Habe ich den Server auf 8 jetzt laufen lassen, oder was? Minecraft, fick dich einfach mal! Ich stelle dir vor, jetzt würde Minecraft plötzlich durch dein Headset zu dir sprechen. Okay. Dann würde die Jar aus meinem USB-Port rauskommen und mich irgendwo hinficken, oder was? Hey, ich bin eine Jar, holt mich aus Marvins Arsch heraus. Hö, hö, hö. Das erinnert mich an Dschungelcamp. Was? Oh, das Schlimmste ist, ich hab zwei Stacks Fleisch verloren. So, ich warte jetzt, bis die Frames sich wieder einpendeln. Ja, und dann pendeln sie sich ein, wenn ich sage, ich warte jetzt hier, bis sie sich einpendeln. Danke, Frames, danke. Wir möchten halt nicht noch mehr Zeit mit dir verbringen müssen. Ich hab auf Bedrock-Höhe Kohle gehüpfen. Ja, ich hab vorher auch übelst tief Kohle gefunden. Das ist so ein Scheiß hier. Also, Marvin, unser Strip-Mining-Gang ist jetzt Bedrock. Okay, perfekt. Ich hab so einen zweiten Parallel, den können wir uns aber vergessen. Das ist so gut wie Scheiße. So, hier ist die Kohle, alle. Chillian. Hm? Kleiner Tipp, wenn du zu Hause bist, dann leg erstmal alles in die Trube, was du nicht brauchst. Weil, wenn du jetzt zwei Stacks Fleisch mitmachstest... Ich hab eigentlich alles da reingetan, ja. Aber letztes Mal, als ich losgegangen bin, war schon weiter. Na, bisschen Holz, bisschen Stein, nämlich mit Leder. Das lass ich hier. Das lass ich hier. Holz lass ich. Nämlich bisschen mit. Das lass ich hier. Das lass ich hier. Das lass ich hier. Alter, ich steu mal ein bisschen Bedrock ab. Du das. Nein. Hey, eine Facke. Ich hab noch ein halbes Herz und zwei... Nein! Ein halbes Herz. Okay, merkt euch. 210, 40. 215, 34. Okay, tot. 222, 31. Das ist nah am Spawn. Ich will Kohle. Ich bring dir Kohle. Okay, in 10 Minuten auf dem Rewe Parkplatz. Ein Koffer voll. Du hast 31 da drüber, oder? Ja, da hin. Rewe, ich will Geld, ich hab Werbung gemacht. Ja, ich hab ihn dazu angestiftet. Ihr könnt's auf mein Content schreiben. Nein, 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 nein. Das geht auch auf meins. Das gebe ich dann Jonas, was er verdient hat. Sprich nichts. Slime! What the fuck? Wo kommt der her? Die Sponsor hat nur es an der Oberfläche. Alter, zwei, drei, vier, fünf... Ich hab Blöschleim. Wer hat... Ich geh mich mal zur Höhe. Ich brauch mal Fackeln. Ich sterb jetzt gleich wieder. Und dann... Die Diamanten sind schon weg, also. Na, scheiße. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn ich hier mal wegkomme. Wow, 32 Lappes Lazuli, okay. Ich brauch Kohle! Ja, okay, ich sterb jetzt wieder. Und dann find ich die endgültig nicht mehr. Blöpp. Alter, wir haben viel Eisen. Na toll. Ja, scheiße. Ah, Kohle. Woops. Haben wir noch Sticks da drin? Ja, natürlich. Ähm, ähm, ähm... Wenigstens ein bisschen kann ich machen. Und die unnötige Fackel hier, die lass ich da. Die nehm ich jetzt doch nicht mit. So, ich verpisse mich mal in die Höhle da hinten. Nein, Enderman, fick dich, fick dich. Ja, Creeper im Boden. Leck nicht durch die Gegend, Creeper. Leck hier nicht so rum. Ich weiß nicht, ist das Eisen noch im Haus? Der Eisen ist in der Haus, ja. Okay. Hey, das sieht sogar... ...gut aus. Aber ich hasse diese Hearthstone-Dinger. Weil dann unten so nur so ein halbes Dings frei ist, dann mach wenigstens so eine doppelte Reihe hin. Dass wir gerade Zahlen mal runterbauen haben. Und keine so Komma-Fünf-Kacke hier, wie hier. Über mir steht Thylian. Hallo. Wow. Du bedrängst uns, oder was? Dein Kopf brennt. Ja, ist ja mal. Ja, weil die Fackel dahinter ist, aber ja. Stylische Frisur so mit Feuer. Alter, du Arsch. Trau dich nicht. Ähm. Boah, darf ich mir ne Eisenrüstung bauen? Nein. Ich mein, von mir kommt das ganze Eisen. Ja, das ist schon... Aber... Hihi. Wir bräuchten... Vielleicht für Eisen-Pigax hier und... Ja, wir haben ja... Alter. Sticks, komm zu mir. Ich kann ja noch mal losgehen. Dann farm ich halt noch ein bisschen Eisen. Ich war doch letztes Mal so erfolgreich. Ja, du solltest halt nicht sterben. Ja, dafür brauche ich ne Eisenrüstung. Ja, okay, das können wir riskieren. Das ist ne gute Investition, würde ich sagen. Da, hier ist noch Eisen. Ich hab grad was gecraftet, weißt du? Ich gebe mich dann sofort wieder los. Ja, aber stirb nicht dieses Mal, sonst... Ja, ja. ...bringe ich dich nochmal um. Ich mein, du respawnst, das ist immer gut. Au! Ich muss schluss. Was? Ich muss aufhören. Okay, dann würde ich sagen... Vielleicht eine halbe Stunde. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo, bis zum nächsten Mal. Und ich geh noch ins Haus und tschüss. Jo, bis zum nächsten Mal.